Ist das mit dem Coronavirus alles nur Panikmache? Um diese Frage zu untersuchen, habe ich mal wieder ein Modell gebastelt. Rote Punkte stehen für infizierte Personen und blaue Punkte stehen für gesunde Personen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein roter Punkt einen blauen Punkt ansteckt, wenn sie sich treffen, liegt in dem Modell bei 25%. Jedes Mal, wenn es zu einer Ansteckung kommt, spielt die Simulation einen Klicksound ab. Okay, das ging am Ende ganz schön schnell. Und tatsächlich sieht der Verlauf der Fälle des neuen Coronavirus in Deutschland erschreckend ähnlich aus. Wie kommt es dann, dass trotzdem einige Leute denken, dass Covid-19 gar nichts schlimmer ist als eine normale Grippe? Das liegt daran, dass sie den Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Endemie nicht kennen. Eine Epidemie zeichnet sich durch einen schnellen Anstieg von neuen Erkrankungsfällen aus. Wenn sie weltweit auftreten kann, nennt man das eine Pandemie. Grippe und Erkältungen sind typische Endemien. Sie kommen fortwährend bei uns vor. Nehmen wir an, dass hier zu jeder Zeit 5% der 1000 Punkte an einer Endemie erkrankt sind. Wenn wir uns jetzt im Zeitschritt 200 befinden, sehen wir, dass auf die 50 Endemie-Fälle immerhin nur 7 Infektionen mit der Epidemie kommen. Jetzt könnten wir uns hinstellen und in die Welt posauen, dass die neuartige Pandemie ja viel harmloser sei als die ganz gewöhnliche Endemie. Aber bezogen auf das neue Coronavirus SARS-2 dürfen wir nicht vergessen, dass es neu ist. Das bedeutet, dass zunächst praktisch niemand schon Antikörper gegen das Virus in sich trägt. Solange das so ist, also in der ersten Zeit der Verbreitung, steigt die Anzahl der Neuinfektionen direkt mit der Anzahl der Kontakte mit Infizierten. Bei einer Erkältung ist das anders. Hier sind wir praktisch ständig den Erregern ausgesetzt. Aber wir haben normalerweise schon Antikörper in uns. Krank werden wir also oft erst, wenn wir ein geschwächtes Immunsystem haben. Zum Beispiel durch schlechtes Wetter, Stress oder trockene Heizungsluft. Einige der Viren, die für Erkältungen verantwortlich sind, gehören sogar zu den endemischen Coronaviren. Mit dem neuen, pandemischen SARS-2-Coronavirus haben sie aber nichts zu tun. Für die Pandemie gilt, wenn nichts unternommen wird, um Kontakte mit Infizierten zu vermeiden, steigt die Anzahl der Neuinfektionen mit der Anzahl der Infizierten. Und genau das ist das Problem. Denn die Anzahl der Infizierten steigt umgekehrt natürlich auch mit der Anzahl der Neuinfektionen. Das ist der Teufelskreis, der die Anzahl der Fälle immer schneller und schneller ansteigen lässt. Diesen Zusammenhang nennen wir in der Kybernetik eine positive Rückkopplung. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Mathe. Die Anzahl der Infizierten am 2. März ist logischerweise die Anzahl der Infizierten am 1. März plus die Anzahl der Neuinfektionen an dem Tag. Diese Anzahl der Neuinfektionen ist davon abhängig, wie viele Personen die gestern Infizierten im Durchschnitt angesteckt haben. Diesen Wert nennen wir Infektionsrate. Gehen wir hier von einer Infektionsrate von 0,3 aus. Das ist so viel, wie wenn von 10 Personen 3 jeweils eine andere Person angesteckt haben. Durch Einsetzen und Ausklammern kommen wir auf die untere Gleichung. Am 2. März gibt es also so viele Infizierte wie am 1. März mal 1,3. Das Prinzip gilt aber für jeden Tag. Am 3. März sind es also 1,3 mal so viele wie am 2. März. Also 1,3 mal 1,3 mal so viele wie am 1. März. Man könnte auch sagen 1,3 hoch 2. Wenn wir das fortführen, kommen wir am 4. März auf 1,3 hoch 3, am 5. März auf 1,3 hoch 4 und so weiter. Sagen wir am 1. März gab es genau 100 Infizierte. Dann können wir das Ganze verallgemeinern und bekommen die Exponentialfunktion 1,3 hoch Tage seit dem 1. März mal 100. Schauen wir uns jetzt mal den Verlauf des neuen Coronavirus in Deutschland an. Wenn wir den Verlauf unserer Exponentialfunktion dazu zeichnen, sehen wir, dass sie also tatsächlich ziemlich gut den realen Verlauf der bestätigten SARS-2-Infektionen in Deutschland abbildet. Okay, was bringt uns das jetzt? Wir können jetzt näherungsweise tatsächlich davon ausgehen, dass die Anzahl der eingetragenen Fälle jeden Tag um 30% ansteigt. Umgerechnet bedeutet das, dass sich die Anzahl alle 2,6 Tage verdoppelt. In den letzten drei Tagen gab es also mehr Neuinfektionen als in der gesamten Zeit davor. Eine Verzehnfachung dauert knapp 9 Tage. Und nach zweieinhalb Wochen gäbe es nach diesem Modell 100 mal so viele gemeldete Fälle. Wichtig ist zu beachten, dass es sich hier um die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, also um positiv getestete Personen handelt. Das Institut selbst geht davon aus, dass es zusätzlich eine hohe Dunkelziffer an Infizierten gibt, die gar nicht getestet wurden. Was sollen wir also tun? Können wir das exponentielle Wachstum überhaupt stoppen? Ja, denn der gezeigte Verlauf gilt nur für den Anfang der Ausbreitung. Irgendwann kommen ja auch die Genesenen dazu. Je mehr Infizierte es gibt, desto mehr Leute werden irgendwann auch wieder gesund. Je mehr Leute gesund werden, desto weniger Infizierte gibt es aber. Das nennen wir in der Kybernetik eine negative Rückkopplung. Wenn irgendwann mehr Menschen am Tag gesund werden, als sich neu anstecken, geht die Anzahl der Infizierten wieder runter. Um zu erreichen, dass es weniger Neuinfektionen gibt, obwohl viele Infizierte da sind, braucht es Maßnahmen, die die Kontakte von Gesunden mit Infizierten minimieren. So können wir die Infektionsrate senken und so die Anzahl der Infizierten und die Anzahl der Neuinfektionen entkoppeln. Das ist tatsächlich gut möglich. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht, das ich euch hier verlinke. Also, Covid-19 unterscheidet sich sehr grundsätzlich von Erkältungen oder der Grippe, denn es hat eine ganz andere Dynamik. Das ist durchaus besorgniserregend. Aber anstatt in Panik zu geraten, sollten wir uns an die notwendigen Maßnahmen halten, um die Anzahl der Kontakte mit Infizierten zu minimieren. Wenn ihr Fragen habt oder euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt gesund und bis dann. – – – – Untertitelung des ZDF, 2020